Ich werde mit dir fliegen, heisst es übersetzt im Text eines Liedes, das 1999 weltweit die Herzen unzähliger Musikfans im Sturm eroberte. L'amour toujours, herausgebracht vom italienischen Star-DJ Gigi D'Agostino, handelt, wie er selbst am Sonntag im großen Krone-Interview betonte, von der universellen Liebe und von Menschen, die sich in den Armen liegen und sich vereint fühlen. Nun, 25 Jahre nach dem Erscheinen, liegen sich erneut Menschen in den Armen, allerdings geeint durch einen ganz anderen Gedanken. Wie berichtet, grölten Partygäste auf der Nordseeinsel Sylt in Kärnten und Niederösterreich rassistische Parolen zu dem Lied und ersetzten eine musikalische Sequenz mit Deutschland den deutschen Ausländer raus. Ein Skandal, dessen Konsequenzen eigentlich die Beteiligten ausbaden müssten. Denkt man zumindest, denn nun muss das der DJ selbst. Große Radiosender spielen seinen Song nicht mehr, auch das Oktoberfest nimmt davon Abstand. Die UEFA-Verbot der österreichischen Nationalmannschaft, das Lied als Torhymne bei der EM zu verwenden. Die Cancel-Culture ist zurück und das mit einer Wucht, die ihresgleichen sucht. Neu ist das Phänomen allerdings nicht, wie viele Beispiele der vergangenen Jahre zeigen. Für besonderen Unmut verärgerter Bürger sorgte im August 2022 ein absurder Kampf gegen Winnetou. Buchverlag und ARD waren auf Kriegspfad gegen den legendären Apachen-Häuptling. Die Empörung über die gezielte Hetze gegen Autor Karl May war enorm. Diese Wokis können mich mal, Karl May ist Teil unserer Kultur, unserer Kindheit, unseres Lebens, machte Star-Schauspielerin Anja Kruse ihrem Ärger über die geplante Einstellung der Winnetou-Abenteuer am TV-Bildschirm Luft. Selbst James Bond wurde zensuriert, also die Romane des Autors Ian Fleming, da diese rassistische Begriffe und anstößige Passagen enthielten. Aber selbst Kinderfilme oder Klassiker wie Peter Pan, Das Dschungelbuch, Die Simpsons oder Dumbo-Zeichentrickfilme fielen der Zensurschere zum Opfer, da sie angeblich viele problematische Szenen enthielten.